Alter, damit sind wir unaufhaltsam. Boah, guck mal, Alter, wie geil das aussieht. Überall die ganzen Lichter, siehst du es? Geil, aber es war. Oh. Ei, ei, ei. Hilfe. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Tom Clancy Ghost Raccoon Wildlands. Mit Benni, der da unten irgendwo rumrennt. Jo, hallochen. Hallo. Ja, ich lauf schon mal in Richtung Waffenrott. Uns ist ein, oder mir ist ein Malheur passiert, beziehungsweise Aufnahmeprogramm. Und zwar hatten wir hier diese Insel gemacht und dann wollten wir uns eigentlich hier diese Waffenmord holen. Sind dann zufällig hier in eine Kokainfabrik reingekommen, wo wir dann gerade was zerstören mussten. Und es war zufälligerweise auch noch ein Story-Einsatz, nur leider hat das Ganze dann so lange gedauert. Es waren, glaube ich, jetzt 33 Minuten, dass er mir das Video nicht gespeichert hat. Ich glaube, es ist einfach zu groß geworden, weil ich war dann mittlerweile bei über 4 Gigabyte. Ja, tut mir leid. Ja, was soll ich machen? Ärgert mich. Ja. Na gut. Spann, Bruder. Wir machen einfach weiter. Ja, es war halt... Es ist schon gut abgegangen hier. Es war halt wirklich eine fette... War aber ein schönes Ding hier. Guck mal, das ganze Ding hier. Es war schon eine fette Fabrik gewesen wieder. Ach, Mann. Die Granaten waren auch richtig gut geflogen. Und die hat sogar beim ersten Mal geklappt. Mhm. Ja. Seht mal da, Waffenkäste. Ah, hier ist die Waffenkäste. Hier ist zumindest die Waffen. Genau, deswegen wollten wir eigentlich herkommen. Na, dann nehmen wir die mal. Lass mal so warten. Ah, Maschinenpistole. SR 635. Oh, nice. Ja, die gucke ich mir aber später erst an. Ja, ja, würde ich auch sagen, ne? Ach, guck mal, wir haben nämlich vorgegriffen. Da hinten wären die Aufklärungsdaten gewesen. Und die hätten uns wahrscheinlich dann hier hingebracht. Die Aufklärungsdaten sind jetzt... Ja, die Aufklärungsdaten sind jetzt nämlich weg. Ah, ja, stimmt. Hier ist noch Nahrung drin. Oh. Ja. Genau, und der meinte, wir sollen da hin. Sprechen Sie mit dem Arzt der Rebellen. Genau, weil irgendwas war mit einem Hospital. Das Hospital ist. Ach so. War das jetzt hier das Hospital schon? Ne, ne, da gehen wir jetzt hin. Ja, genau. Warte? Ah, okay. Ja, aber angenommen. Sie haben die Wahl, aber wenn Sie ihm helfen... Ja, das wird durch Zufall jetzt eigentlich praktisch bei dem Ding vorbeigekommen. Ja, genau. Ja, eigentlich. Und da habt ihr das gehört. El Misario, also der Boss der Santa Blanca... Santa Blanca. Santa Blanca. Santa Blanca. Will ein Hospital angreifen, also ein Krankenhaus angreifen. Und Pakatari, der Rebellen-Anführer, will das verteidigen. Und wir haben die Wahl, was wir machen. Los geht's. Ja, wir helfen natürlich. Äh, ich glaube, wir steigen sowieso gleich wieder aus. Weil da vorne ein Heli ist. Ach so. Aber es ist cool, das Ding. Komm mal nach oben. Komm mal nach oben. Komm mal nach oben. Was geht da? Ja, Mann. Jawohl. Kopfschuss bestätigt. Kopfschuss sogar. Kopfschuss bestätigt, sagt er. Wollt sofort mit dem Ding? Ja. Aber den krieg ich nicht. Alter, wie lange kannst du mit dem Teil ballern? Unendlich? Überhaupt ist die Muni, also das bestimmt, oder? Okay. Wollt ihr schon zum Heli? Ja. Da oben ist noch einer, aber irgendwie. Voll Attacken dran. Ja, der hockt da irgendwie hinterm Felsen. An dem kommst du gar nicht ran. Okay. Bist gleich schon wieder hoch. Ach, hier übrigens. Mit dem Auto sind wir hergekommen. Der Wagen hat einen Alarm. Ach, guck mal. Wenn ich den markiere, der Wagen hat einen Alarm. So. Was machst du denn? Wo ist reingekommen? Ja. Wo ist denn hier der Eingang? Ja, ja, da ist richtig. Weiter, weiter. Genau. Ja, weiter, weiter. Einmal rumrunnen. Einmal drumrum. Ey, ey. Oh, nee. Ah, hier. Ja. So, dann gehen wir mal zu Pakatari. Mal gucken. Vielleicht ist er uns jetzt ein bisschen wohlgesinnter. Ich mach das. Ich fliege. Na ja. Bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ja, der war so ein bisschen komisch am Anfang, der Pak. Also der Rebellenanführer. Alter, kommst klar? Vielleicht wieder eine Rakete wahrscheinlich? Nicht nicht. Oh. Oh. Alter, ist so knapp. Alter, guck mal, das ging hier an. Ist das Haus eines Bichons? Was ist das? Weiß ich nicht. Lass mal gucken. Voll krass. Guck mal, der Heli. Der da steht. Ja. Alter, alter. Ja. Schönes Teil auf jeden Fall. Was ist denn das, ey? Das sieht aus, als wenn sich irgendein Architekt ausgetobt hat. Sieht aus wie aus Minecraft irgendwie. Ja, man. Hast du was gebaut hier, Timo? Was ist denn eine Beide, ey? Ja. Was ist denn ein Panacos? Sag mir doch, neben dem Vogel. Äh, Panacos. Boah, mach du mal schon mal. Ja, waren wir drei. Das sind aber auch noch ein paar. Obwohl, den Heli. Wollen wir die jetzt noch klappen, dann können wir den Heli gleich laufen. Gibt's doch bestimmt irgendwas, oder? Meinst du? In dem Gebäude? In dem Gebäude? In dem Gebäude? Nee, das sieht so special aus. Ich will mir das mal angucken. Bleib mal so lange noch draußen. Schau doch mal. Ja. Müssten auch noch ein, zwei Leute sein, schätze ich mal. Okay. Okay, es ist alles gut. Es ist alles gut. Drinne müssen noch irgendwo welche sein. Aber wo? Die stehen bestimmt auf dem Dach. Können ich mir vorstellen. Nee, also ich schau auf die Terrasse vorne. Da ist nix. Doch, guck mal. Hallo. Ja. Hallo. Alter, hier ist voll die fette Soundanlage. Attacke, Attacke. Alter, hier ist voll der DJ. Feind, Feind. Was, wo? Achso. Na, da drüben auf der Terrasse. Na? Der komische Typ, der da rumrennt. Mit dem Käppi auch. Ach doch, da oben ist er. Ah, okay. Hast du? Ich, ich kann nicht durch das Glas schießen, was denn das? Wie sich das dort draußen ordnet, ey. Voll die Randale da drin. Voll das Gebrülle Scheiß. So, alles clear, kannst reinkommen. Und ich sehe deinen, dein... Ah, guck mal, da oben ist der. Oh, Sniper? Wo kommt der her? Scharfschütze. Ja, ja, schön. Hab ihn. Hast du? Äh. Okay, gibt's hier irgendwas? Sauber. Alles paletti? Alter, das ist voll die geile Bude. Aber hier gibt's echt nichts, ne? Nee, ich sehe auch nichts auf der Map, also... Komisch. Weil der Heli ist echt fett. Das macht's nicht schön. So ne altertümlichen Waffen und sowas. So aus dem, ähm... Ja, weißt schon, diese Dinger, die man so, ähm... Schießpulver nachladen muss und dann abschießt. Ach so, so aus der Piratenzeit, oder was? Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, das ist das Renaissance. Oder aus der Renaissance, ist das Renaissance, ja. Nee, die Kolonialzeit, ne? Genau, Kolonialzeit. Okay, ich komm mal raus. Diese einen Schussgewehre immer besser. Genau. Das musst du nachladen, so Erste Weltkrieg halt, ne? Genau, genau. Aber halt so, so mega verziert und sowas. Ja, okay. Oh! Genau. Ich spring einfach mal die Terrasse runter. Und brech mir dabei nicht die Beine. Ich dachte, ich lande im Pool. Das sah aus gerade, ey. Alter. Das sah aus, als ob du da wirklich einfach so rüberjumpst. Geil, der Heli. Ja, Mann, der ist echt super. Ich tu gleich mal in das Geschütz ran. Wie war das nochmal im Ausladen-Klick, ne? Genau. Ja, das geht jetzt. Vielleicht mal das Lego-Haus, die zerstören. Hä? Da war noch irgendwo einer, ne? Okay. Alter, damit sind wir unaufhaltsam. Boah, guck mal. Alter, wie geil das aussieht. Wie über die ganze Lichter, siehst du es? Geil, aber es war. Oh! Ei, ei, ei. Hilfe. Da fängt der Scheiße. Steig auf. Nächste Lager rein. Ja, äh, aah. Äh, steig auf. Ja, verfickte Scheiße. Ey, der, der, der Hedio-Funk, äh, der ist auf dem Kopf. Wie war das, damit sind wir unaufhaltsam? Mann, ich hab mir auch die Lichter angeguckt und hab den Berg nicht gesehen. Ach, Mann, ey. Der ist aber auch schon wieder voll viel Action. Ladung ist scharf. Oh, ist hier mal. Hast du Leute und versuchst zu fliegen? Ja, lass ihn abhauen. Granate! Äh. Kommt wieder runtergekullert. Oh, ja. Sehr gut. Guck mal. Ja, komm. Weg frei gemacht. Nee, aber wir kommen hier nicht hoch. Mann, was ist das denn heute? Alter. Warte, geht's hier nicht hoch? Nee. Scheiße. Alter, irgendjemand sieht mich. Ey, die kommen doch jetzt hier schon wieder. Wo sind die denn? Da, da, da. Ja. Den Weg, den Weg hab ich gar nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Jetzt erst. Ey, schon wieder Verstärkung. Guck mal, wie viele da schon wieder sind. Was geht denn hier schon wieder ab? Ja. Und Heli. Aber ich hab den, äh... Nee, deutlich. Ey, ich werd doch schon wieder übelst beschlossen. Das ist mein Heli platt. Hinter uns, hinter uns. Sniper. Sofort weg da. Ey. Sniper hinter uns. Ja, ja. Ja, down. Jetzt hat er mich. Wo dein Heli warst, ich weiß nicht. Äh, ich bin auch down. Alter, das geht zwar nicht. Mann, ey, was war das denn jetzt schon wieder für ne Scheißaktion mit dem Heli? Ja, Mann. Jetzt glaub ich, wenn wir erstmal mit Karacho so alt kommen, so Heli voll an die Wand. Mann, vor allem die Leute sagen so, ja, wir sind unaufhaltsam. Und dann, pff. Ja. Mann, Alter, wir sind so ne Noobs-Oldaten, Alter. Das gibt's. Ja. Ja, heute irgendwie schon, ne. Ja, Mann, total. Voll Chaos einfach immer. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind doch immer scheiße. Wir wissen ja nicht mal, wohin und bla. Ich wusste nicht mal, dass da ein Weg ist. So, komm, da vorne ist der Heli. Den holen wir uns jetzt. Ja, ich bin noch im Radewild. Achso. Ich glaub, das ist, äh... Spawnen wir mal zusammen, ja, also... Ja, okay, das ist wieder der Heli bei der Villa da. Ja. Der steht wieder da. Dann holen wir uns den jetzt und dann weg. Hm. Ich wollte nämlich auch die Lichter betrachten, die du gesehen hast. Dann hab ich so geguckt in die Ferne. Ich hab mir die Landschaft so angeschaut. Ja, ja, ich auch. Ich dachte, du guckst eigentlich nach vorne, wenn du fliegst. Ja, sollte man machen, ey. Ja. Ah, sieht schon cool aus. Ich kann nicht mehr rennen. Du hast doch schon wieder Ausdauer geskillt, oder? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Drohne habe ich geskillt. Ich kann nicht mehr rennen, grad. Ich drück die ganze Zeit. Äh, er will nicht. Wo ist denn hier ein Heli? Na, hier vorne wieder in diesem... Ja, äh, Dingshaus hier. Minecraft Haus. Ja. Na, meiner schnauft aber auch ganz schön. Ich bin gar nicht mehr rennen, grad. Nein, steht der Heli wieder da. Boah, da hinten ist es erst, ey. Ich warte hier auf den Berg. Wo ich verjahre. Ich seh das Haus grad. Ne. Ich bleib hier oben stehen, ey. Nein, du bist schon wieder fast 300 Meter von mir entfernt. Ich mach das Haus jetzt auch nicht clear. Ich hab nur einen weggemacht. Der allgelegene Einsatz. Was war das denn schon wieder jetzt? Weiß ich nicht. Da ist schon wieder grad ein Einsatz aufgeblockt hier. Ich hab den Heli. Ich bin der Pilot. Ich bin der Pilot. Ja. Ich bin auch alleine, Alter. Aber für ein Held. Da ist überall irgendwas. Guck mal, die Raffen sind jetzt nicht mal, dass ich den Heli klaue. Guck mal, was ist das denn? Fahrzeugabbruch. Die sind da rechts auf den Raffen. Na, das ist wahrscheinlich von den Rebellen wieder irgendwas. Yeah. Bam. Jo. So, Heli ist da. Fliegst du jetzt noch die Klippe runter? Ne, ne. Jo. Okay. So, diesmal ein bisschen höher fliegen. Aber ich hätt ja schön drauf ballern können. Ja. Bin ja geschützt. Ja, ja. Aber es ist, glaube ich, auch ein ganz schön großes Ding wieder hier. Meinst du, die Knelle ist noch ab dann? Na gut. Ja, nicht, dass hier gleich wieder Raketen auf uns. Na ja. So, schon wieder los. So, ist das ideal. Ja. Was ist denn das da auch schon wieder für eine fette Fabrik? Ach, die hier. Das ist ja unsere Fabrik, die wir schon mal gemacht haben. Oh nein, da kommen wieder Raketen gleich. Warte mal. Tiefluck. Wie soll ich jetzt eigentlich diesen Arzt noch verhören? Ja, ja, genau. Das ist da irgendwie drei Kilometer. Ja. Da hinten ist irgendein Leuchtsignal. Oh, es macht voll Bock hier mit einem Heli lang zu fliegen, so am Wasser. Hm. Das ist unter dem Radar. Ja. Geht auch voll klar eigentlich, wenn man sich konzentriert. Full Metal Jacket mäßig, ja. Ja. Ja, nämlich Schürz und dann halt die ganzen Bauern ab. Jetzt noch den Ripp der Valkyren dazu, oder wie das heißt? Ja, ja. Dieses Dö, 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 Dö. Ja, genau. Ja, genau. Okay, das war ein Straßenschild. Alter. Das war von Bock. Okay, da oben bist du irgendwo. Alter, du bist rausgesprungen. Was ist los? Lebst du noch? Nein. Oh, ich hab den Heli gecrasht. Alter, es gibt's doch nicht. Mann. Ey, warte mal. Ähm, ja. Ja, warte, ich komme. Ich sehe dich nur so rausfliegen, guck dir hinterher und bin voll mit einem Heli gegen Wand geflogen. Mann, Alter, was ist das für eine Folge. Oder für ein Aufnahmen. Die erste Aufnahme war verkackt, die zweite Aufnahme war verkackt. Die dritte, wir kriegen gar nichts. Die andere war zu lang. Ja. Jetzt kriegen wir hier gerade gar nichts auf die Reihe. Ja. Benni springt einfach mal aus dem fliegenden Heli. Ja, irgendwie, ich wollte eigentlich nur den Sitz wechseln. Im Moosrad. Ich habe den Knopf gedrückt, ja. Ich weiß. Wo bist du gelandet? Ach, bist du wenigstens direkt auf der Straße gelandet. Ach, du lebst ja. Ja, ja, ich bin schon wieder da. Ich dachte, du bist tot. Warte mal. Ich bin jetzt extra runtergekommen hier. Ach so. Darf ich fahren? Nein. Das leckt bei dir immer so. Egal davon. Das leckt? Echt? Ja. Aber mir leckt das gar nicht, wenn ich fahre. Aber nochmal, ja. Nein, 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 dann fahr du. Also, wenn es dann, ist ja auch blöd, wenn es bei deiner Aufnahme da muss. Ja, das sieht immer aus, als wenn das Auto so am Zittern ist, so voll am Rumspacken ist. Bei mir sieht das ganz normal aus. Ja, du bewegst dich halt irgendwie langsamer als ich, ne? Ja, ja. Ich habe das ja in der Aufnahme auch gesehen, also bei dem Video. Bei mir ist es aber gar nicht so, dass ich da so in Zeitlupe angerannt komme, ja? Okay. Ich weiß nicht. Naja. So, wo müssen wir jetzt da nach oben? Ja, okay, guck mal, wir haben hier. Ach, ja. Ich fahre ein Teil im Kauf. Das ist cool, ich habe ja auch, ja, ich habe auch markiert. Die gelbe Linie hier, ne? Zack, zack. Genau. Da oben, wo die Uni dort sind. Toll. Oh, ja. Nein, hör auf, Alter. Warte mal, Granatwerfer. Nee, scheiße, jetzt habe ich diesen. Ja, doch, okay, jetzt habe ich ihn. Yeah. Ja, da. Ja, hier sind sie. Jetzt habe ich doch nicht. Ja, egal. Weihbar weiter. Ja, und die Kartell, Leute, ne? Santa Blanca greift Unidat. Guck mal, Santa Blanca greift Unidat an. Sollen sie sich mal gegenseitig taput machen. Sollen die sich kloppen. Ey, und wir haben einen, einen Stern. Ja. Ja, ja, ja. Folgen die uns doch schon wieder, Mann. Hinter uns, Auto. Ja, ja. Ey, psch. Unmöglich so zu schießen. Deiner Sniper auch. Vor uns kommt auch ein Auto. Hallo. Hallo. Hallo, du hast recht. So, warte mal. Jetzt sollen sie mal kommen. Ja, die kommt. Ja, das passiert so. Warte. Ah. Hey. Lass sie kaputt. Alter, was ist denn das für eine Straße? Wie weit ist denn das noch weg? Sind sie, kommen die jetzt nicht hier unten? Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur da ankommen heute. Hier, Rebellen, helft uns. 400 Meter, wir sind gleich da. Alter, können die mal aufhören, uns zu verfolgen jetzt? Ja, ja. Ey. Was? Die kommen hier vor... Pass auf! Ah, die sind genau neben uns. Alter, was war das? Wie, was war das? Steig aus, das Auto brennt. Ja. Die Karre brennt. Weg, 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 weg. Es gibt Ärger. Runter. Fuck, 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 fuck. Granate fliegt. Nehmen wir das. Okay, weg hier. Ja, lass uns einfach, oder? Alter, da explodiert jetzt alles. Ja, ich habe gerade zwei Granaten hingeworfen noch. Okay. Weg, einfach nur weg hier. Ja, ja, ja. Komm, lass mal hier diesen Pfad hochlaufen. Lass mal hier rechts, aber da ist die Straße, da geht's weiter. Ja, aber ich will da nicht hin, wenn wir gejagt werden. Ja, ja. Ich bin ja hier. Rücksicht an der Seite. Da. Oh. Erstmal im Gewicht. Ja, ich, ich. Ich bleib jetzt auf dem Rest. Nur in der Patrouille verloren. Okay, ich noch nicht. Ich werde noch gejagt. Ja, ich auch noch, aber die haben uns. Ey, da kommen wohl viele. Ja, Mann. Oh, die ist spannend. Ja, ich sehe es. Der ganze Waldling. Ich renne weiter. Alter, Alter. Nein, Heli. Heli, wir haben so ein Dorf jetzt. Okay, ich verstecke mich hier. Aber hier müssen wir auch gleich hoch, Timo. Ja, machen wir gleich. Okay, ihr Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Ghost Raccoon Wildlands. Bis dann. Tschüss, tschüss. Also, if you were, wir wissen. Oder wir sehen uns in der nächsten Runde recht. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020